Wir haben keine Granate! Erster gesichert, der ist gesichert! Bewegung! Ich könnte Hilfe gebrauchen! Alles gut? Alles gut! Wir kommen von Südasten! Feindliche Truppen! Feindeinheiten entdeckt! Direkt vor Rauch! Für was? Rauch, Granate! Geboten! Los jetzt! Behalten die Knochen! Feindliche Truppen! Die Knochen aus der Deckung! Wegen der Seite! Die Yankees sind hier! Das sind einfach zu viele! In der Nische! Der Bunker ist gesichert! Weiter! Alle raus! Bunker gesichert! Hier ist ein Verbandkasten! Ich könnte Hilfe gebrauchen! Daangen! Na damn! Das ist doch keine Handlung! Er selbst entkommt! Ja, Sir! Ich gehe rein! Bewegung! Bewegung! Alles klar! In Kontakt! Ich bin leer geschossen! Lade nach! Bewegung! Bewegung! Alles klar! Kontakt! Ich sehe falsche Aktivität! In Leer geschossen! Lade nach! Sie kommen aus den Denkungen! Ich habe... Kontakt! Zwei Uhr! Sie kommen in unsere Richtung! Verstanden! Anruf! Wir haben hier etwas vor! Geh! Ich brauche hier Hilfe! Ich brauche hier Hilfe! Ich brauche hier Hilfe! Verwandterung! Verwaltung! Sie kommen von Westen! Ablauter! Sie kann kosten! Daniel, Sie und Tassel sind sicher in den letzten Bunker. Wir sammeln uns um auf der Klippe. Und versuchen Sie sich nicht umbringen zu lassen. Okay, Jasmann. Noch einer! Wir haben's geschafft! Wir haben ja eine Schichtformation! 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 Wir nähern uns! Daniel, wir haben ja einen Schichtformation! Dann mal los! Scheiße, Mordwunsch! Scheiße, Mordwunsch! Csassmann! Scheiße! Schussmann! Scheiße, Mordwunsch! Ja! Zwei Uhr! Komm her, Kumpel! Kann nicht laufen! Oh, Scheiße! Schaff mich weg von hier! Wir bringen dich hier raus! Halte du! Wir müssen zum verwundeten Nest! Linke Seite! Wir müssen in Deckung! Wir müssen in Deckung! Wir müssen in Deckung! Wir müssen in Deckung! So viel Blut! Halte durch! Den Kopf unten halten! Hast du sie erwischt? Da kommt noch mehr! Vorsicht! Entgetroffen! Weiter! Wir müssen weiter! Ich hab dich! Scheiße! Hier kommen wir runter! Ich hab dich! Und bleib! Oh Mann! Ich verblutze! Du musst es zudrücken! Sie sind verstärkt! Kommen Sie rauf! Los! Los! Okay, bleib bei mir! Sanitäter! Ich brauche Mobium! Du musst durchhalten! Die Frauen in Paris warten nur auf dich! Wirklich! Klar tun sie das! Ich... Kann ich... Kann ich dein Mädchen nochmal sehen? Ist das dein Ernst? Schon gut! Ich... Ich seh eh nichts! Ich... Ich leg mich einfach schlafen! Nein, nein, nein! Du musst wach bleiben! Hey! Daniels! Ich bin hier! Hilfe! Kann mir jemand einen Sanitäter holen? Ich mach das! Weg da! Er kümmert sich um ihn! Ich brauch sie bei mir, Daniels! Herr Hörn! Da ist ein GPF-Geschütz bei der Farm die Straße rauf! Es feuert auf den Strand! Gehen wir! Wir kommen wieder zurück! Kontrollieren Sie die Munition und Granaten! Wir haben ihn gehört! Die Straße lang! Hier! Bewegung! Ich könnte Munition gebrauchen, Sir! Hier, Private! Verloren Sie die Straße rauf! Seien Sie bereit für den Angriff, sobald wir das Farmhaus erreichen! Bewegung! Die Weichen in Strasse fetzen! Meise ein, die Granate! Werfe Granate! Auf der Gäste! Die Beine auf dem Feld! Deutsche! Deutsche! Die dürfen die Kanone nicht wieder einnehmen! Position! Halt! Alter, kommt durch! ! Da kommt sie! Feuer! Ich glaube, das sind wir kümmern! Ja! Ja! Nun! Ja! 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 Kürmer! Ja! Ha! Die Holzer Mauer! Der war in die Granate! G standing on combustion. Find out these days! Wir sind im Anmarsch! Wir haben sie! In Ordnung, Männer! Sie haben sie erledigt! Gesichert! Die Kanone zerstören! Verstanden! Daniels, damit! EXPLOSION! Gute Arbeit, Daniels! Okay, Männer! Folgt mir zum Sammelpunkt! Los geht's! Pearson! Ich brauche einen Bericht über die Verluste! Es gab zu viele! Aber wir haben den Strand eingenommen! Einen verdammt hohen Preis! Daniels! Und ich dachte, ich hätte alles gesehen! Wird er wieder gesund? Ja! Sie haben ihn zusammengefleckt! Ich hätte im Boot bleiben sollen! Das sagt er jetzt! Hey! Was du da getan hast! Danke dafür! Ich denke, wir sind quitt! Wir stehen das durch! Bis zum Schluss! Bis zum Schluss! Wir haben den Rückenkopf gesichert! Wir errichten ein Lager bei der zweiten Reihe nach dem Kamm! Willkommen in der verdammten Ersten! Du bist weit weg von zu Hause, Bauernjunge! Auf das hier kann man sich nicht vorbereiten! Aber Sie haben Ihren Mann gestanden! Danke, Sir! Ich, äh... Das wird schon, Junge! Danke! Ja, Sir! Natürlich! Ich weiß ja nicht, wer die glorreiche Idee hatte, Europa auf diese Weise zurückzuerobern, aber eins ist sicher, er war heute nicht mit uns am Strand. Einstimmann! Das ist der Preis! Besucher und